Wer der Bess ausgerüstet ist, holt sein Superbike aus dem Keller. Es geht los, zuerst nach Pappenweiler, bei strahlendem Sonnenschein in den Wald hinein. Nach Korreorientierung fahren wir Richtung Ressle, über Stock, Stein und kehren im Waldgasthof zum Bauerhahn. Wir nehmen eine Kleinigkeit zu uns. Es gibt Kässpätzle, ein alkoholreies Weizenbier und dazu lecker Salat vom Buffet. Isst der Wahn das Essen im Waldgasthof zum Bauerhahn. Einfach lecker. Danach geht es zurück nach Villingen. Uwe rast mit Heißig durch den Wald, macht seine Mätzchen auf den Fahrrad, überholt mich mit rasender Geschwindigkeit und ist in Volkerzweiler. Am Ziel gelang. Das war Fitnesstraining mit Uwe, dem Supersportler aus Villingen. Yeah! Das war Fitnesstraining mit Uwe, dem Supersportler aus Villingen. Bis zum nächsten Mal.